Meine Damen und Herren, Sie sind dabei. Folge 101. Es ist alles deins. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Und ich nehme es auch gern. Ich komme auch nicht von einem anderen Stern. Achso, wir machen den Reimen weiter. So eine Reimfolge. Wow, das wird schwierig. Das wird schwierig, definitiv. Auf jeden Fall nicht unterhaltsam, glaube ich. Das könnte so sein, ja. Sehr gut. Willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar 101. Wir sind jetzt über die 100 drüber. Das heißt, die Hürde ist geschafft. Wenn ihr an diesem Punkt noch eingeschaltet habt oder jetzt neu eingeschaltet habt, habt ihr entweder aufregende Folgen verpasst oder ihr denkt euch, naja, ist doch gar nicht so schlecht, was die da machen. Ich frage mich echt, ob es Leute gibt, die alle 101 Folgen, also jetzt mit dieser, alle 101 Folgen, die können ja mal in die Kommentare schreiben. Oder? Krass. Ja, klar. Aber es ist ja auch schon wieder so ein Shaming, den wird dann eintreten, wird wahrscheinlich. Dass man sich den Scheiß gegeben hat. Podcast Shaming. Ja, genau. My guilty pleasure, die zwei. Ja, ich war letztes Mal sehr unzufrieden, weil ich hab mir gedacht, Folge 100 hätte mal wenigstens irgendwie was Besonderes machen können oder, weißt du, einfache, besondere Dinge. Ich dachte, wir haben ein Resümee, weißt du, so mit den Folgen, was wir schon aufgenommen haben oder so. Aber man muss halt auch sagen, das war wieder so ein Ding. Ich hab die ganze Woche überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ja Folge 100 ansteht. Ich hab wirklich Podcast auf, mach die Folgen, die Thumbnail fertig und denk so, ach scheiße, 100. Und das war dann so, boah, das hat mich so, das hat mich so ein bisschen von mir selber oder, weißt du, enttäuscht, weil ich dachte, man hätte ja wenigstens irgendwas machen können. Und trotzdem war das Feedback positiv, es haben einige gratuliert und haben gesagt, ey, cool, herzlichen Glückwunsch zur Folge 100. Und ich denk mal, wir werden dann so beim Zweijährigen, also einfach rechnerisch von den Folgennummern, so bei Folge 104, das werden dann rein auf Monate gezählt. Das werden dann, genau, zwei Jahre. Wochen gezählt, so, werden das dann zwei Jahre und ja, dann werden wir das vielleicht nochmal reinmachen. Da werden wir vielleicht nochmal so ein, ja, so ein Abriss, was haben wir denn gemacht, über was haben wir gesprochen? Gibt es eigentlich so ein Statistik, ich hab mir überlegt, gibt es so ein Statistik-Tool, was man über unsere Dog laufen lassen könnte und dann statistische Sachen rausfinden könnte? Wie oft haben wir über welches Spiel geredet und so? Naja, gibt es mit Sicherheit, also, aber, ja, aber das wäre ja auch wieder nicht unser Ding, das wäre ja viel zu professionell und vorbereitet und recherchiert. Macht ja keiner. Aber dann könnten wir darüber quatschen, so. Das stimmt. Ne, ich denke mal, wir gehen das Podcast-Protokoll durch und dann gucken wir einfach mal, über was wir gequatscht haben. Das sind 100 Seiten, Alter. Und vor allen Dingen haben wir erst bei Folge 16 angefangen. Ist ja zu schreiben? Mhm. Ach, stimmt. Moment, das ist durcheinander, da kommt 14 und dann kommt 13, 12, 11, 10, 9, hä, wieso sind die, hä, die Seiten sind und, äh, 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 gut, da hab ich das noch nicht gemacht, da hast du das alles noch gemacht, da war das noch ein bisschen. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt kommt 18. Hä, das, das Protokoll, unser Protokoll ist total durcheinander. Ja, ich glaube, da musst du dich dann mal nach Feierabend dran setzen. Hilft nichts. Also, wir haben, wir haben Folge 1 und 2, wir haben das Protokoll von Anfang angeschrieben, also Folge 2 sehe ich. Genau, wir hatten, wir hatten, glaube ich, zur ersten Folge hatten wir noch kein Protokoll. Da haben wir noch nicht aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Ja, okay. Das war, glaube ich, so. Ey, ich weiß es echt nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß, dass wir irgendwann einfach aufgenommen haben und dann wussten wir noch nicht mal, in welchem Format das überhaupt erscheinen kann. Also, es war ja Soundcloud ganz am Anfang. Genau. Und dann, dann, dann war irgendwie so. Und das war heute. Dann war irgendwie, Spotify ging super leicht, also ich glaube, das war das, das leichteste. Man musste erst mal so ein Podcast-Verteil-Tool finden. Da haben wir jetzt, sind wir jetzt seit Folge 1, sind wir eigentlich bei Anchor, also Englisch Anchor. Anchor FM ist kostenfrei, kann man hochladen und macht genau das, was man will. Verteilt das auf den verschiedenen Plattformen wie Spotify, iTunes. Das ist praktisch so zentrales Ding. Deswegen macht es auch so, ich muss halt an drei Stellen, muss ich Beschreibung schreiben. Das macht so ein bisschen, also ich kann, ich kann das verteilen, ich mache einen Anchor, mache ich komplett die Beschreibung fertig und, nee, zwei Stellen. Und in YouTube mache ich das. Da muss ich es immer, YouTube ist separat. YouTube war eigentlich auch nie geplant so richtig. Also, wir haben das immer als Option genommen für die, die jetzt keinen Bock haben, sich auf irgendeiner Plattform anzumelden oder die kein Spotify haben oder keinen Zugriff auf iTunes oder sowas. Wobei es ja auch kostenlose Wege geht, um es zu hören. Also, diese RSS-Feed, der sogenannte, da kannst du ja in jedem x-beliebigen Podcaster, Podcast-Sammeltool, kannst du das ja anhören. Da muss man sich ja, glaube ich, auskennen. Also, wenn du mir jetzt sagst, RSS-Feed kannst du machen, sag ich, alles klar, keine Ahnung. Ja, habe ich mir alles angeeignet, wo wir einen Podcast begonnen haben, habe ich mir eingelesen, wie das geht. Okay, krass. Ja, aber sowas fällt mir leicht. Wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann ziehe ich mir das rein. Im Endeffekt ist ja alles so entstanden. Ob es jetzt YouTube war, wie nimmt man auf, wie stellt man ein Mikrofon am besten ein. Jetzt habe ich gerade vor kurzem meinen Stream umgestellt, nochmal mit einer anderen Einstellung, wo nochmal die schnellen Bewegungen besser kompensiert werden, dass es nicht so schnell aufpixelt. Gerade beim Landwirtschaftssimulator war es auch so, dass sehr häufig dann das Bild aufgerissen ist. Ja, das auffälligerweise rechnet er dann zum Beispiel die Facecam runter, warum auch immer. Weil er das eventuell als zu fixes Bild sieht und dann war es so, dass manchmal die Facecam wird dann so blockig. Also die wird dann so, als würdest du auf... Aber das Spiel selber ist scharfer geblieben oder was? Genau, auf jeden Fall schärfer als die Facecam. Ja, okay. Und da habe ich jetzt nochmal eine Einstellung gefunden mit diesen B-Frames und kann ich dir nochmal mal sagen, kannst du bei dir auch einstellen. Geht ein bisschen mehr auf die Grafikkarte vom Codieren her. Also der Codiert noch ein bisschen mehr über die Grafikkarte, aber das Bild wird nochmal schärfer. Beziehungsweise mit Look Ahead, wo er Frames vorbereitet... Wird es hier zu kompliziert? Ja, ja, ja. Lass mal bitte. Habe ich mich lange eingelesen und solche Sachen. Ich bin schon raus seit RSS-Feed. Seit RSS-Feed. Nee, mir macht das Spaß. Ich beschäftige mich sehr mit sowas. Ich meine, das ist auch manchmal über das Ziel hinaus, also zu viel mit Technik beschäftigen und wenig Inhalte. Weißt du, da neige ich auch zu. War beim Fotografieren oft so, dass ich mich mehr mit der Technik und neuen Objektiven auseinandergesetzt habe. Anstatt dem eigentlichen Motiv. Nee, anstatt zu fotografieren, anstatt loszuziehen und die Kamera wirklich zu nutzen. Ich wusste, wie man es technisch genau perfekt hinkriegt und... Ja, verstehe. Ja, solche Sachen. Aber für mich ist auch der Weg das Ziel. Weißt du, das ist nicht... Auch das Entstehen in Technik, also in jetzt unserem Podcast, wie kann der auf Spotify erscheinen, interessiert mich halt. Weißt du, wenn ich Bock drauf habe, liest man halt im Internet kurz nach und das ist ja auf YouTube oder im Netz allgemein x-fach erklärt solche Sachen. Ja, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass jemand einen Podcast irgendwie hochladen möchte. Aber allein die Tatsache, dass man das auf einer zentralen Seite hochladet und der das dann, diese Seite das dann auf die verschiedenen Plattformen verteilt. Wir sind ja überall, wir sind ja bei Amazon Podcast, bei Deezer und das muss man ja da überall bekannt machen. Ich habe ja überall uns angemeldet. Da sind wir schon überall? Mhm. Ja. Also Amazon musste mal so eine, wie sagt man das, so eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass man hier nicht schlecht über Amazon selber redet. Aber warum sollte ich schlecht über Amazon reden? Wir haben ja auch eher das Gegenteil und haben positiv in vielen Dingen darüber gesprochen. Viel zu. Ja. Oder bei Deezer war es, glaube ich, auch irgendwie komplexer. Also normalerweise geht man auf eine Seite, gibt an, um was geht es in dem Podcast und gibt diesen RSS-Feed dort an, sozusagen. Und dann kann man das auch im Podcast anmelden. Ah, klar. Und dann zieht dieses Tool automatisch immer die neuesten Folgen rein. Und das Problem seit Anbeginn ist ja unser Name. Das haben wir nicht sehr smart überlegt mit D2. Also, dass es im Englischen Die2 heißt und im genügend Podcast gibt mit D2. Also, dieses Konzept mit D2 gibt es, glaube ich, zwei oder drei Podcasts. Echt? Gibt es, glaube ich, auch zwei Typen und nochmal zwei Mädels, gibt es nochmal, die sich die zwei nennen. Meine ich, ich habe das schon mal recherchiert gehabt. Ist ja auch völlig wurscht. Macht das Sinn, wenn man sich seinen Namen jetzt noch ändert? Also, können wir machen, wenn da was Gutes, wenn da was, wäre mir wurscht, persönlich. Also, wir haben, wir haben, wir können ja mal kurz gucken, wir haben am Anfang, hatten wir immer so Statistiken. Also, wir haben ungefähr, nicht ungefähr, wir haben 830 einzigartige Hörer. Das ist, glaube ich, im Podcast nicht sonderlich viel. Aber es ist mehr, es ist steigend, ne? Ja, also, ich finde, ich finde persönlich, das, was wir hier machen, ist jetzt auch nichts krass Besonderes. Für die breite Matte. Das sowieso nicht, das ist gewöhnungsbedürftig. Nee, das meine ich aber nicht. Aber wir sind ja nicht, dass wir hier besonders intelligente Themen haben oder, weißt du, also, wir sind ja kein Crime-Podcast, der sich mit irgendwelchen Verbrechen auseinandersetzt und dann sich sehr gut recherchiert. Ja. Wir sind ja einfach nur, im Endeffekt ist es ja wie so ein Tagebuch über unsere Woche oder über uns selber, weißt du, und auch Themen außerhalb vom Spielen. Und das ist ja auch gut so. Also, jetzt ist ja auch mein Einspruchstau gar nicht höher. Ja, und ich finde jetzt, wenn man überlegt, wir labern vor uns hin und dann schalten hier 830 Leute ein, dann stehe ich so davor und denke so, boah, scheint ja nicht völlig uninteressant zu sein, was man redet. Ja, also, das sind immerhin 800 Leute, ja. Wie du früher schon gesagt hast, stell dir das mal in eben Raum vor. Ja. Das ist viel. Also, finde ich gut und bei YouTube sind es, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt gerade aktuell keine Zahlen. Aber ich meine, es war am Anfang auch sehr niedrig, weil die Leute halt keinen Bock auf Podcasts hatten, ne. Also, die sind halt gewöhnt, Gameplay zu sehen, aber ja, so knapp 600. Das war auch mal weniger, ja. Das war mal mehr sogar. Ja. Also, vor drei Wochen hat man noch um die 800, 900 Zuschauer, auch mal 1.000, 944 vor einem Monat. 842 und jetzt die letzten Folgen sind ein bisschen runtergegangen, aber ich glaube auch, dass auf YouTube das so ein Ding ist, dass, es gehören schon einige auf YouTube, aber es sind auf jeden Fall mehr auf, jetzt mittlerweile auf Spotify und so. Spotify und Co. Ich glaube, gemischtes Hack reißt uns raus, dass wir die alte Folge da den Diss gegen den, ja, den kleinen Pumper mit einem bösen Blick, wie wir ihn genannt haben. Oha. Ja, ja. Die Folge hat jetzt schon 10.000 Aufrufe, ne, so. Im Verhältnis auf jeden Fall mehr, in den 10 sind es nicht, aber es sind irgendwie 4.000 oder sowas, ja. Ich weiß ja. Schon. Ja, egal, nicht schlimm. Kann ja mal passieren. Ja, also wir haben uns ja auch irgendwo mal drauf geeinigt, wir hatten ja dann, sind ja weg von diesen Themen und hatten ja dieses Freie-nach-Schnauze-Format zum Standard gemacht und haben gesagt, wir labern einfach, wie wir zusammenkommen. Und ich hatte auch das Gefühl, das passt uns am besten, weil wir sind ja beide jetzt nicht, also ich habe nicht noch mehr Energie, das noch akribischer vorzubereiten. Und ich glaube auch, weißt du, unser beider Interesse ist jetzt nicht so, dass wir das hier großartig forcieren, wie das läuft, weißt du? Also man kann das, glaube ich, sicher anders und besser machen, aber da muss ich auch sagen. Ja, da bräuchte man ja auch anders mehr Zeit. Genau, da habe ich nicht die Zeit zu noch zusätzlich. Das ist leider, genau. Also da langt mir das, was wir jetzt, wie wir es investieren und machen. Wird so auch nichts. Aber im Endeffekt, ein Podcast macht fast jeder, also wenn ich in meiner Bubble der YouTuber um mich herum gucke, hat jeder ein Podcast und in x-fache Ausfertigung. Und der eine, erfolgreicher oder nicht erfolgreicher, ist es auch, glaube ich, belanglos. Also ich finde es wichtig, dass wir Spaß bei haben, dass wir auch Themen ansprechen, die halt jetzt außerhalb des Gaming-Bereichs sind, wo man halt auch über solche Themen reden kann, weil man beim Zocken ja oft dann im Spiel irgendwie hängt, im Thema hängt. Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Ja. So ist es. Ja, auf jeden Fall cool. Vielen Dank, wenn, wie gesagt, wer hier jede Folge gehört hat oder die meisten Folgen gehört hat vielleicht und dabei war und solange dabei geblieben ist, freut uns natürlich sehr. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand das als Podcast auf Spotify hört und dann nochmal auf YouTube. Also kann man so roundabout 2000 Leute rechnen, die sich den Kram da anhören, den wir sonntags verzapfen. Das ist cool. Das ist angenehm. Das ist, ja. Ja. Das ist super cool. Das stimmt. Und deswegen machen wir irgendwann mal die nächste Woche so einen Abriss, was wir alles gemacht haben in der Zeit. Einen Abriss? Mit Alkohol? Ja, da machen wir einen Abriss, aber richtig. Ja. Gab es doch früher die Trunken-Streams und so ein Kram. Also, weißt du, was Bescheid ist. Also, weiß ich nicht. Ja. Bin ich auch raus, weiß ich nicht. Okay. Nee, gar kein Interesse. Was ist das für ein Quatsch? Gar kein Bock. Ja. So, jetzt hier, Thema, letzte Woche. Was wir letzte Woche gemacht haben, oder was meinst du? Ja, genau. Lass mal jetzt hier zum Standard einmal zurück. Ja, ja. Ich war unzufrieden. Ich habe dich Montag noch angerufen. Wollte erst diese Folge gar nicht rausbringen, der 100, weil ich dachte, das muss doch mehr drin sein. So schlimm. Das hat eigentlich rausgehört aus deinem. Ja, ja, aber das war so. Also, ich war, ich kann es die Frau fragen. Ich habe mir jetzt bettgelegt und gesagt, scheiße, ich bin unzufrieden und möchte das eigentlich gar nicht, dass diese Folge erscheint, weil ich fand sie zu belanglos für so eine besondere Folge. Weißt du? Also, ich dachte mir halt so, ja, hätte man, hätte man besser machen können. Und das ist halt auch mein, das ist ja auch mein Antrieb. Das ist ja auch mit YouTube so. Weißt du? Ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum das einigermaßen erfolgreich verlaufen ist bisher, dieses ganze Thema. Weil wenn man dahinter bleibt und engagiert ist und so weiter, dann kann das was werden. Oder andersrum, dann kann das erfolgreich werden oder erfolgreicher als der Durchschnitt. Und das ist eigentlich immer mein Anspruch. Also, es hat nichts mit Geld zu tun. Es hat nichts mit Aufmerksamkeit zu tun. Weißt du, dass man irgendwie Aufmerksamkeit möchte, sondern einfach nur für meinen persönlichen Anspruch ist, die Dachen gut zu machen und unterhaltsam. Und da dachte ich mir halt, ey, Folge 100 ist schon ein bisschen schade irgendwie. Es hat mich so ein bisschen geärgert und gefuchst, dass wir da nichts Besonderes zu gemacht haben. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, jetzt komm drüber weg, ne? Ja, es ist eine Zahl. Musst du jetzt auch aus dem Loch wieder rauskommen. Das ist wie ein Geburtstag und der eine Geburtstag ist halt cool und der andere nicht so. Der Geburtstag kommt doch erst noch. Das ist ja nur Folge 100. Ja, ja, ja. Aber das wollte ich dir mal sagen. Du bist ja auch 100 Wochen alt und wirst aber dann erst zwei Jahre. Verstehst du so rum? Man feiert nicht die 100 Wochen, sondern die zwei Jahre. Kommt aus Alter an. Ja, du musstest schon auch von meiner Seite aus sehen und dir auch schön regnen dann. Das ist wichtig. Du meinst die Ansichtssache. Die Ansichtssache ist dann der Punkt, genau. Definitiv. So, aber sonst? War irgendwas der Woche dabei? Irgendwas Schönes? Also was, was? Spielerisch? Also für mich ist Subnautica die Entdeckung dieser Woche. Ja, das habe ich gesehen. Montag habe ich dich ja gehostet und habe ich ja gesehen, dass Subnautica spielt. Ich habe allerdings, ich dachte erst, dass ich es doch noch irgendwie mal spielen will, aber Nummer eins spielen es so viele Leute mittlerweile, jetzt aktuell gerade, weil das Ding halt Finalgang ist, das Below Zero. Nummer zwei habe ich dann bei dir zugeguckt und habe schon, wie du da in diesem halbtiefen Wasser, so nicht weit von der Oberfläche und dann ist dieser, irgendwie da in der Entwägung, irgend so ein Vieh, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum mich das so triggert, aber ich hatte sowas von keinem Bock da irgendwie reinzusteigen. Das ist auch so ein Spiel, da habe ich ja ständig Nacken, ne? Ja, genau. Eigentlich habe ich so Gänsehaut im Nacken, weil ich einfach merke, wie das Ding nach mir schlägt oder ich spüre seinen Atem in meinem, das ist schlimm. Aber es ist aber auch wieder geil, also es ist wirklich auch gut gemacht und super hübsch. Unter Wasserwelt ist der Wahnsinn und du findest an jeder Ecke, findest du ständig irgendwie neue Sachen und so biomtechnisch merkst du die Übergänge stellenweise nicht und auf einmal befindest du dich halt so in so einem Art, ist die nicht riesen Qualengebiet oder so, weißt du, wo du den Boden nicht sehen kannst, aber... Ja, das ist das Schlimmste, wenn du so gefühlt im Wasser treibst, weißt du, und unter dir ist noch meterweit nichts und dann ist es dunkel und dann macht es einfach Knurr, Knurr und dann ist bei mir, da ist die Sense, da ist bei mir so... Ja, und dann, wenn du jetzt nur mit Sauerstoff unterwegs, also nur mit einer Tauchflasche unterwegs bist, mehr oder weniger, dann musst du ja immer hin, sozusagen an die Oberfläche, wo du denn nach unten willst, dann musst du kurz Luft holen, dann geht es nach unten und dann hast du, in meinem Fall habe ich dann zwei Sauerstoffflaschen bei, aber trotzdem ist es halt sehr, ist die Zeit sehr begrenzt und dann auch noch einen Meter weiter und noch einen Meter weiter und dann schaffst du einfach wirklich nur so, dir wird schon ohnmächtig beim Hochtauchen und dann sind auch immer so eine Momente so, ach, da warst du wieder zu greedy, das ist... Dass du dann doch fast noch drauf gehst. Ja, ja, das spielt schon mit deinen, äh, weiß ich nicht, mit... Mit deinen Unarten, sozusagen. Ja. Schönes Spiel, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, ich denke mal sogar, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich durchspielen würde, ja. Aber da gibt es ein Ende? Da gibt es ein Ende, ja, das ist nicht, äh, Open World Sandbox, sondern, äh, Open World Story. Waterbox. Ja, also du kannst natürlich als Sandbox spielen und solange du willst im Endeffekt, aber, ähm, die, die Mission oder der Ziel des Spiels ist, deine Schwester zu finden, das ist ja der zweite Teil, im ersten Teil bist, kannst du auch ein Ende finden, du kannst von dieser Insel oder von diesem Planeten entkommen, du wirst dann abgeholt und, äh, im zweiten Teil ist deine Schwester da halt verschollen gegangen und du bist hingeschickt worden, um sie zu suchen und stürzt dann auch ab. Aber sie gibt's da wohl, man kann die finden. Moment, im ersten Teil gibt's auch mittlerweile eine abgeschlossene Story, okay. Da ist es eine abgeschlossene Story, so viel ich weiß, ja. Okay, ich hab das, ich hab den ersten Teil, das ist Ewigkeiten, da hab ich ja so ein Let's Play gehabt, Ewigkeiten her, da wurde ja immer Sachen geändert, also, am Anfang war's ja so, dass dieses Raumschiff, was im ersten Teil im Wasser liegt und da kaputt ist, ähm, das war ja so, dass das einfach im Wasser lag, dann gab's ja den, irgendwann kam ja mal ein Update, dass das Ding auch abstürzt, zumindest so, mit einer Story irgendwie so erklärt, dass es dann, warum's da liegt, ähm, im Wasser und so weiter, okay, cool. Ja, ich bin gespannt, ich hab's... War das von Anfang an begehbar? Das Raumschiff? Ja. Nee, nee, ganz am Anfang glaub ich nicht, in den ersten Alphas hab ich's mal gespielt, da war das noch nicht so. Aber das kam dann relativ zügig, dass man hinten rein konnte und, ähm... Ach, schön, ja. Dass man hinten rein konnte, ja. Ach, ja. Haben wir's wieder, haben wir's Niveau wieder gesenkt? Nee, nee. Ah, ja. Ja, also ich hab's auf jeden Fall richtig geil. Und, ähm... Bis weiterspielen. Und, äh, schade eigentlich, dass, äh, Mittwoch nicht funktioniert hat, äh, unser... Wir wollten ja Elite Dangerous zusammenspielen mit dem neuen Update Odyssey. Das ist falsch. Das war sehr enttäuschend, dass, naja, gut. Never play on touch day, ja. Aber es hat doch drei Tage später nicht funktioniert. Also, das funktioniert gerade so jetzt, äh, Mittwoch... Äh, nee, doch, Mittwoch kam's raus. Ne? Ne? Mittwochabend, ja. Äh, nicht Dienstag und dann haben wir... An welchem Tag hab ich dann... Nee, du hast auch, du hast mich noch angeschrieben. Doch, wir hatten dann... Wir haben dann gesagt, okay, du spielst da Race Gun weiter und ich hab den Subnautica gespielt. Stimmt, ich hab davor schon Sachen gestreamt, war das der Abend, ja. Okay, hm, das kann sein. Und, aber ich hab da echt Bock drauf, auf den... Auf diesen Modus und, äh... So... Halt so extra Missionen annehmen, wo man dann auf dem Planeten landen kann und dann da umher wandern, beziehungsweise dann so, weiß ich nicht, Basen infiltrieren und so ein Kram, das ist schon eine geile Mischung dann zusammen. Also, du kannst dann auch... Das war Donnerstag, war das. Mittwoch haben wir probiert, zusammen zu spielen. Das war Donnerstag, hab ich Days Gone gespielt, hab ich grad geguckt. Ich hatte mich grad irritiert, das war nämlich Mittwoch. Du machst mal fertig jetzt, nee. Nee, heute ist ja 23. Du kannst sein, dass du es trotzdem gespielt hast, Days Gone, weil du das zweite Mal gespielt hast. Nee, warte mal, du hast Days Gone am... Genau. 20. Du hast Days Gone am Donnerstag gespielt, aber wir haben am Mittwoch, haben wir uns verabredet und dann hast du da irgend so, genau, dann hast du diese 2D-SimCity-Ding da gespielt. Ich wollt grad sagen, das Days Gone war nämlich am nächsten Tag. Das kann sein, ja. Richtig, genau. Und dann hab ich gesagt, dann spiel ich das weiter, wenn das nicht läuft. Richtig. Ah, da hab ich, an dem Tag hab ich am Mittwoch, hab ich Inter Astra ausprobiert, irgendeine Demo von einem Spiel, was noch nicht raus ist. So ein Survival auf dem Weltall. Also, es war so unerseglich schlecht. Also, das war wirklich so, wo ich dachte, nee, sorry, Entwickler, so nicht. Also, das ist wieder so ein zusammengeklatschtes Ding gewesen. Ja. Schlimm. Ja, dann hab ich Fallen, das hab ich gespielt. Ja, so genau, so alles unlogisch. So Erzvorkommen am Boden, weißt du, wo der Boden so richtig aufgebrochen ist und so diese Kristalle so durch den Boden durchgucken. Ah ja. Die konntest du einfach mit E aufnehmen. Und dann war Eisen am Boden, Titanium an der Wand, in andersfarbig, weißt du, ein bisschen andere Formen und alles mit E aufnehmen, ohne irgendwas wegbohren zu müssen. Und dann musst du dir einen Bohrer bauen und den Weg freimachen mit dem Bohrer durch eine Steinwand. Ah ja. Willst du mich verarschen? Da hab ich echt nur gedacht, nee, sorry, das ist so lieblos und so dumm gemacht. Nee. Und das sind so Dinge, wo ich halt denke, es ist doch nicht euer fucking Ernst, dass ihr sowas rausbringen wollt und wollt dafür Geld haben. Also nicht in 2021, wo es in dieser Art schon hunderte Spiele zuvor gab. Also wo du kein Alleinstellungsmerkmal hast, auch wenn du eine blöde Prä-Alpha bist. Ja. Also wirklich schlimm. Nee. Ja, ist die Frage, inwieweit mich interessiert denn die Sicht des Entwicklers. Wieso denkt der, dass das okay ist jetzt so? Wieso denkt der, jetzt bringe ich es jetzt mal raus? Ja. Betriebsblendheit. Oder? Er ist ja schon ein Jahr dran oder so. Ja, war der ja nicht gestern programmiert. Oder schon, weiß man nicht. Und du fragst dich, wenn du das in der Hand kriegst, willst du mich verscheißern oder was? Und er hat aber da Blut und Schweiß, naja, Blut und Schweiß vielleicht nicht, aber er hat da auch wahrscheinlich viel Zeit investiert. Ja, ja. So, aber irgendjemand hätte ihm noch sagen müssen, nee. Nee, nee, das war es nicht. Aber dann, Fahlen, das war gut, das habe ich danach gespielt. Das war so ein Pixel-Art, eher ein Strategiespiel. Also so ein bisschen abwägen, wo brauche ich was hin, damit ich da durchkomme, so strategisch mit Feldern, wo man was hinbaut. Das finde ich echt gut. Das hat Spaß gemacht. Das war wieder entschädigend zu dem Rotz. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Das war so ein Spiel, was so ein bisschen schwer zugänglich ist, weil ich am Anfang nicht kapiert habe, wie das funktioniert. Aber wenn man dann drin war und das Terraforming kapiert hat, wie Terraforming im Spiel gedacht ist, hat das echt Laune gemacht und war auch anspruchsvoll. Und da hat es auch gefreut, wenn man die Runden geschafft hat und solche Sachen. Ja. Und Donnerstag, das war nämlich der Tag, wo ich Days Gone gespielt habe, da kam am Abend, kam der Key dafür. Da hat die Epic-Store-Betreiber, die schicken abends so Promo-Keys rüber von irgendwelchen Spielen. Ja. Und da war Days Gone dabei. Und Days Gone gab es auf der Playstation. Ist ja dieses Motorrad-Story-Rocker-Spiel. Und das war der Tag, wo wir... Zombie-Survival, oder ohne Survival. Nur Zombie. Survival, ja. Du musst nicht essen oder solche Sachen. Also von daher ist es für mich kein Survival-Spiel. Natürlich musst du überleben, nicht vom Zombie getroffen zu werden. Aber das, finde ich, ist kein Survival-Spiel im klassischen Sinne. Nee, das würde ich dann auch nicht sagen, ja. Ist eher ein Story-Spiel, so ein bisschen... Ich nenne es jetzt mal ganz, was dem Spiel nicht gerecht wird. Ein Far Cry, weißt du, so ein bisschen. So ein Story, Open World, Motorrad. Und das war echt gut. Da muss ich sagen, da merke ich auch immer wieder, auch nach Cyberpunk, dass Story-Spiele schon irgendwas haben, was wirklich richtig gut ist. Es ist übelmäßig brutal gewesen, fand ich jetzt wieder. Also nicht, dass mich das persönlich stört oder dass ich das nicht zeigbar fände oder sowas, aber ich weiß nicht, so ein Kehl-Schnitt nach dem anderen, dann wird es irgendwann, nutze ich das auch ab, weißt du. Oder klar sind Zombies, aber teilweise auch Menschen und dann auch so eine Folter-Zähne am Anfang und solche Sachen. Das sind also solche... Wir haben uns im Stream ausführlich unterhalten am Freitag dann, wo ich sagen muss, das muss nicht sein in dieser Art. Manche Themen, manche Darstellungen müssen einfach nicht sein. Ich weiß nicht, was man denn erwartet als Entwickler, wenn man jetzt sozusagen, weiß nicht, wie Call of Duty unbedingt halt irgendwie jetzt über die Stränge schlagen muss, damit sie Publicity kriegen. Mehr Grund kann es für mich gar nicht haben halt irgendwie. Ich glaube, dass es auch, wie es in Serien war, da haben wir uns mal über Vikings unterhalten, dass ja auch da die Szenen sehr detailliert und übertrieben brutal waren oder unnötig brutal waren. Jetzt wisst ihr, Game of Thrones ist da wahrscheinlich genauso brutal, oder? Ja, da gibt es auch die anderen Szenen, aber da passt es. Also da ist es nicht so ein Grau, wo da sagst du jetzt auch gut, Leute, du wirst das. Dass Wikinger brutal sind und geplündert und gebranntschatzt haben, das wissen wir, aber da so nicht so unbedingt. Aber das ist auch gar nicht das Thema, sondern einfach, ich glaube, dass der durchschnittliche Konsument, und das sind nicht Ende 30, Mitte, Ende 40-Jährige wie wir beide, sondern das sind dann eher Jugendliche, also sozusagen um die 20, Mitte 20 oder sowas, das ist das Zielpublikum. Und ich glaube, dass solche Spiele dann auch erst ziehen oder dass zumindest der Entwickler denkt, dass sie dann nur ziehen. Ja, weil es tut ja überhaupt nicht zur Sache. Also zum Beispiel, jetzt in dem Fall hatte ich ja auch oft das Beispiel gebracht, Outriders. Outriders hat eine gewisse Brutalität und es ist ziemlich explizit mit bestimmten Tönen, wenn du jetzt auf den Kopf schießt, auf die Beine, wenn du eine Granate benutzt, etc. Und dann passiert da auch was mit dem Körper, der liegt da dann rum und da ist auch Blut so. Aber dann gibt es wieder die andere Seite, da hast du so eine Mission, wo du bestimmte, ja wie soll ich sagen, wie soll ich es nennen, ich nenne es jetzt so, Kopfgeldjagden machst. Und dann gibt es da einen Typen und der ist in einem bestimmten Gebiet, dann machst du das Gebiet, klar, killst den Typen und zum Schluss kommt halt sozusagen eine Animation, wie er ihn in den Kopf schießt. Aber bei Menschen ist es genau so, dass du siehst ihn schießen und der andere fällt rum, aber du siehst nichts Explizites. Bei Aliens sieht man schon was Explizites, aber auch nur ganz kurz. Und das ist dann auch in Ordnung. Also man muss nicht, ich muss nicht eine Slowmotion von der Kugel haben, die durch die Schädel... Wie bei dem Sniper-Spiel, ne? Ja genau, genau, das ist auch so ein Ding. Ja gut, das Ding lebt wahrscheinlich davon, ne? Sniper-Elite meinst du jetzt? Ja, so heißen die, glaube ich, genau. Wo dann wirklich gezeigt wird, wie die Kugel irgendwie in den Körper eindringt und... Und welchen Knochen die... Finde ich auch so dumm. Aber es ist eigentlich... Finde ich technisch... Das ist auch ein kackes Spiel irgendwie, ne? Genau, finde ich technisch interessant, aber so insgesamt ist das Spiel eigentlich durchschnittlich und ich glaube, das lebt dann halt davon. Und das ist halt auch das Thema, was oft in Serien oder Filmen eingesetzt wird, dass man versucht zu schocken mit irgendwelchen besonders fiesen Momenten. Ja, ja, genau. Und das finde ich halt nicht gut. Also es kann passen. Andere Sachen übertüncht damit. Es kann zur Story passen. Wir hatten ja letztens, hatten wir ja angesprochen, Love, Dad & Robots. Da sind ja auch eigentlich fast jede Folge, wenn es um Brutalität geht, auch sehr, sehr explizit und sehr detailreich so. Ja. Aber da passt es, weil es dann ein Stilmittel ist. Ich wollte sagen, also da passt es irgendwie und ist auch nicht übertrieben Gore oder so, ne? Ja, es ist auch vor allen Dingen nicht... Nur wenige Folgen sind besonders realistisch, weißt du? Ja. Die sind jetzt... Also oft, also dass man einen Menschen richtig animiert und so weiter, ist ja zwar schon ein paar Mal da, also manchmal ist das der Stil von dieser Serie, aber es geht noch. Und bei Days Gone war es halt so, da waren zwei Sachen, einmal am Anfang diese, ja, ich nenne es mal Folter-Szene, wo der eine mit dem Bunsenbrenner den Arm angebrannt kriegt. Das fand ich irgendwie unangenehm, weil irgendwie so, ich finde Folter ist das Schlimmste, was man so neben Vergewaltigung irgendwie darstellen kann im Film oder in einem Spiel. Und finde ich auch, wenn es nicht unbedingt der Story hilft, weiß ich nicht, braucht man das? Ja. Da hat es so ein bisschen gepasst, dass man die irren Gegner halt irgendwie ein bisschen zeichnet. Und wo ich dann wirklich, wo ich dann so ein bisschen auch für meine Erfahrung, was ich gesehen habe in Spielen bisher, so ein bisschen entsetzt war, wo man dann, da gibt es dann so, die haben auch einen Namen, sind wie kleine Kinder, die mutiert sind zu Zombies. Und die man dann, also so, ich denke mal so sieben, acht Jahre alt ungefähr, und die musste halt dann niederknüppeln und der wirklich auch mit dem Basie da oben drauf faust und so ein Kram. Also nicht unbedingt das im Speziellen, im Prinzip, da kannst du jeden Gegner niederknüppeln, aber dass dann halt kleine Menschen sind, die wie mutierte Kinder sind, das fand ich irgendwie total unangenehm auch. Weißt du, das ist irgendwie... Das bringt dich ja auch nicht, also es bringt ja das Spiel nicht, es macht es ja nicht besser oder tiefer, nur weil, ja, na klar macht es Sinn, dass da von mir aus Babys und Teenager und Rentner... Ich meine nur, ich meine nur jetzt rein von... Von der Logik. Von der Theorie, wie so eine Apokalypse ablaufen könnte, macht das natürlich Sinn, dass dann auch andere Altersklassen als der normal 30-Jährige betroffen ist oder dicke oder dünne oder alte oder wie auch immer. Aber ey, das macht das... Wir spielen immer noch und das macht das nicht besser. Also das ist... Ja, das finde ich unnötig irgendwie. Damit wird dein Spiel nicht wertvoller. Also so viel muss man sagen, ne? Definitiv. Aber was man trotzdem sagen muss und das muss man dem Spiel wirklich gönnen und das habe ich auch gemerkt, diese Begeisterung über Cyberpunk, die wir hatten, über gute Story und gut erzählte Sachen und auch das Days Gone hat nicht diese Qualität von der Erzählgeschichte. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht auf diesem Niveau auch diese Abgefahrenheit, weil es gibt ja Missionen bei Cyberpunk, wo du denkst, wow, wow, weißt du so, kann ja nicht sein. Oder wo man auch mal dann so emotional mitgerissen wird, dass man selber ein Tränchen verdrücken möchte, weißt du, in dem Moment. Oder es auch tut, um Gottes Willen. Das war beides gar nicht so. Aber ich muss sagen, was mir zum wiederholten Mal aufgefallen ist, neben diesem Hood, weißt du, dass ein Spiel in einer modernen Grafikengine in Unreal 4 oder was auch immer da so die modernen Dinger sind und gut optimiert von einem professionellen Entwicklerteam, das ist der Kracher. also wie wenig dieses Spiel beansprucht wird und wie gut das aussieht. Und da merke ich wieder ganz hart, dass ich mich die ganze Zeit mit dem Indie-Titel und sowas Spielidee-technisch, Inhaltstechnisch in einer Welt bewege, die spannender ist als jetzt das nächste Story-Spiel, ganz klar. Und das ist auch was, wo ich jetzt, wenn ich entscheiden müsste, mich für einen Genre oder für einen Spielzweig entscheiden, würde ich auf jeden Fall nicht die Triple-A-Titel wählen, aber doch immer wieder überraschend, wo ich denke so, die Grafik hat ja irgendwie ein Drittel ausgelastet und das Spiel sieht aus wie realitätsnah, weißt du so. Und dann spielst du, nehmen wir mal ein Wellheim, was Polygon, Pixel, aber nicht so geil läuft, ja in vielen Bedingungen, weil es halt auch eine andere Engine ist, aber auch andere Spiele, die mit Unreal gemacht sind, sehen nur halb so gut aus und laufen doppelt so schlecht. Und das ist schon... Ich weiß noch, wie lange Arc gebraucht hat, um damit es gut läuft. Und das war das Unreal Engine, ne, so. Ja. Das hat ja ewig gebraucht, bis es mal den rettenden Patch gekriegt hat. Absolut. Also, das war für mich halt wieder so überraschend, wo ich dachte, oh krass, ja doch, okay, so ein richtig schöner Triple-A-Titel, das ist schon... Er schmeckt schon, weißt du so. Das ist dann... Ja, ja, ist schon, ist schon so. Das ist halt... So leid mir ist gut, aber in Grafik und Optimisierung... Es kostet auch 950, ne? Absolut, klar. 90, ja. Weil, genau, weil halt entsprechend das Team, was normal ein komplettes Spiel programmiert, nebendran saß und hat es wahrscheinlich optimiert oder so, weißt du, also... Ist schon ganz klar, ja. Ja, gut. Ja, ich weiß nicht, ob man, wenn man es jetzt relauncht auf einer anderen Plattform, dass man das gleiche normal so teuer... Na ja, gut, zum Start, was ist ja wahrscheinlich normale gängige Praxis, aber irgendwie... Ist ja billiger. Ist ja billiger. Das kostet ja 49, also... Ach so. Ist schon billiger. Also wenn man jetzt sieht, wie die Spielpreise mittlerweile liegen, also so bei... Selbst auf dem PC, so bei 60 Euro, dann ist das schon okay. Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht gekauft, noch nicht gespielt, wenn es nicht dann da wäre, aber das war so ein schöner Ausweich zu dem, unserer enttäuschenden Elite Dangerous, also Session. Ja. Und Elite Dangerous muss ich aber auch sagen, da war auch der Anfang, dieses Singleplayer-Einstieg, nimm mal den Scanner und überlad mal das Ding und jetzt geh mal an den Computer, ah, guck mal in den Himmel, da kommt das Raumschiff. Da stand ich schon davor und hab gedacht, wow, okay, krass, das ist jetzt aber gut. War ich auch sehr, sehr gut. Bei mir gab es ein bisschen FPS-Probleme bei diesem Dings. Das zieht schon ordentlich, ja. Ja, da müssen die auch noch ein bisschen optimieren. Du hast da die, klar, bessere Karte drin. Ich hab eine 1080 Ti. Na, die kommt so langsam an ihre Grenzen, ja, stellenweise. Was schade ist, aber naja. Bei Aldi gibt's jetzt bei neuen Medienrechnern. Super, geile Preise. Krasser Rechner, ne? Der Preis ist echt 2,7, wenn du überlegst. Aber 2,7, da stehst du stellenweise nur für die Grafikkarte aktuell. Ja, das ist nicht ganz, aber es ist schon gut. Also wenn jetzt derzeit wirklich Hardware gekauft werden muss, was ich derzeit wirklich nicht empfehlen kann, auch vernunftstechnisch, auch die Aldi-Rechner sind jetzt nicht vernünftig unbedingt von den Preisen, aber so ist halt der Markt und er wird auch noch bis nächstes Jahr so bleiben. Ja. Locker. Dann, wenn man jetzt unbedingt was kaufen will, dann sollte man dazuschlagen, ja. Also zumindest von den Hardware-Eckdaten, das ist top. Das erinnert sich irgendwann. Ich hab echt keinen Bock, 2,000 Euro für eine Grafikkarte auszugeben. Ne, macht doch keinen Sinn. Also dann lieber reduzieren und optimieren und so weiter. Das geht schon, das kann man ja machen. Ja. Schon, schon überraschend. Ja, ansonsten, ich hab gestern, Ansonsten, ja. Going Medieval hab ich gespielt, genau. Going Medieval. Hat Slash gesagt, wenn du auf Rimworld stehst, ist das auch was für dich? Genau, ja. Ich würd sagen, also es ist nicht Rimworld im Detailgrad, wie man Rimworld kennt. Also die, die Rimworld spielen, wissen, dass da ja auch sehr viel diese Beziehungssachen mit drin sind. Also wer steht zu wem, wer für Liebzien wehen, Eifersucht und dieser Kram wird mit simuliert, der fehlt da. Oder ich glaub, das ist auch gar nicht Anspruch, dass das reinkommen soll. Es hat, was man am Anfang dachte, was es nicht hätte, da hat jemand gesagt, dass diese Qualitätsanspruch fehlt. Also in Rimworld ist ja auch so, dass in einem schlecht ausgestatteten Raum die Leute unglücklich sind, dass es in Going Medieval doch drin ist. Also das hab ich gesehen, dass es diesen Reiter gibt. Ja, okay. Ich find's auch ganz cool, bei Rimworld ist es das Schachspiel, was die nehmen können, um sich abzulängen oder Hufeisen werfen. Und hier bei dem Spiel ist es ein Backgammon-Spiel, wo sie gegenüber sitzen und Backgammon zocken. Oder es geht auch um Religion. Also es geht um ein, du kannst so ein, zwei Tempel-Dinger bauen, wo die dann halt beten können und sich ablenken können und so. Ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefällt's sehr, sehr gut. Es hat halt diesen Low-Polygon-Style, also diese recht minimierte Grafik, aber es ist 3D. Und du kannst, jetzt pass auf, du kannst in die Tiefe bauen, um vier Ebenen ungefähr. Also es kommt immer darauf an, wo du halt ansetzt, auf welcher Ebenenhöhe. Also du kannst in die Höhe bauen, du kannst ein Stockwerk auf ein Haus draufsetzen. Du kannst auch, ich hab jetzt in die dritte Ebene tief gebaut und das musst du auch machen als Aspekt, um im Sommer deine Lebensmittel zu kühlen, weil es draußen warm wird, der Sommer kommt. Das heißt, du musst den Keller ausheben und ich hab ihn an einem Berghang jetzt gebaut im Let's Play und wenn ihr diese Folge hört, sollte dann auch die Folge raus sein. Also irgendwie so um sechs kommt dieser Podcast raus, um sieben sollte dann die Folge kommen. Ich hab dann wirklich zwei Stockwerke in die Tiefe gebohrt mit so einem Kellersystem und als ich unten war, hatte ich wirklich Minusgrade unter der Erde. Also das war dann auch als Kühlschrank fungiert. Mir ist da zwar doch dann irgendwie Lebensmittel verdorben, da hab ich jetzt noch nicht verglichen, inwieweit das besser wird. Aber nur weil du den Rattenkot nicht... Ich hatte keinen Holzboden reingezogen. Dann sagt jemand, dass es das eventuell ist. Also es ist noch nicht gesetzt, weil die Leute haben noch zu wenig Ahnung von dem Spiel oder zumindest hab ich das Gefühl, dass einfach, das Spiel ist ja noch nicht raus, kommt ja erst am ersten raus. Es könnte sein, dass der Boden halt nackig war und kein Holz drunter oder so. Bei Rimworld wär's ja zum Beispiel, dass du Fliesen machst. Bei Rimworld ist ja, glaube ich, die höchste Hygienestufe ist ja Fliesen, meine ich. Und die kannst du gut für die Essenslager nutzen. Ja, und sonst gibt's Jagen drin. Es gibt... Du wirst angegriffen. Also du hast NPCs, die dich in Wellen angreifen. Es gibt immer so schöne kleine Storys, das find ich ganz geil gemacht. So wenn... Es flüchtet jemand durch den Wald, willst du aufnehmen und dann kannst du entscheiden, Ablehnen, aufnehmen. Und auch mit so einer kleinen Story. Und es wird dann immer so erzählt, die Bewohner von Synapsia, hab ich's jetzt genannt, entschieden sich, nicht die Tür zuzuschlagen oder so. Und den Flüchtenden aufzunehmen oder den Verletzten zu retten, der dann irgendwo rankommt. Also es gibt dann auch... Ein Holzfäller hat sich beim Arbeiten verletzt und liegt blutend im Wald. Da musst du einen hinschicken, der den da holt, weißt, ins Bett legt und mit Kräutern, also mit Medizin versorgt. Es hat nicht diese Tiefen von RimWorld, aber es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Und halt auch das Bausystem ist so ganz cool. Gerade durch diese Ebenen, die du bauen kannst, find ich gut gemacht. Weil dann kannst du auch so Minenschächte anlegen oder dich in den Berg reinbuddeln und solche Sachen. Und musst auch noch abstützen. Da gibt's dann solche... Du sagst denn, dass das so die Steuerung ist, du sagst Passagier B, du machst jetzt das oder... Oder... Nee, RimWorld. Das muss gemacht werden und einer von denen wird es machen. Genau. Und du hast auch diese Aufgabenleiste, wo du die Prioritäten vergeben kannst. Ja. Und es ist auch ziemlich smart gemacht, weil auf dieser tabellenartigen Liste, wo du Name und Fähigkeit siehst, siehst du ja die Prioritäten. Die sind standardmäßig bei allen auf drei. Und Jackie ist halt der... Sie hat die nach uns benannt. Ich hab den Minjas, den Jack und die Serendivity. Und den Slash halt gesehen. Deinen Slash dann später noch, genau. Und Winnie. Da es kein Beziehungskram gibt, muss ich auch keine Angst haben, dass Serendivity wieder was mit Jack anfängt, wie das in den Spielen meistens so ist. Und da Jack zum Beispiel der Meisterschütze ist, nennt sich das, das ist halt auf langen Waffen, also Bogen, schicke ich denen halt zum Beispiel Jagen. Da gibt's halt eine Priorität auf zwei. Und du kannst sehr gut forschen, deinen Charakter, den ich nach dir benannt hab. Und dann kannst du am Forschungstisch Forschungspunkte erzeugen. Und da steht halt jedes Mal Jack Bow oder sowas heißt du, glaube ich. Den Nachnamen kannst du nicht ändern. Kannst du den Vornamen ändern. Er hat Intelligenz, blablabla erreicht. Also du wirst immer schlauer die ganze Zeit. Und du schreibst dann so Chroniken und dann entstehen Bücher dadurch. Und die Bücher musst du aufbewahren, weil wenn die zerstört werden, verlierst du Wissen. Und dann musst du so Bücherregale aufstellen. Dann kannst du wie so eine Bibliothek bauen, wo das ganze Wissen deiner Kolonie, und dann hast du auch so ein Geschichtsbuch, wo du siehst, wie der Verlauf ist, wann welcher Angriff war und was du gemacht hast. Und finde ich irgendwie, es ist nichts. Und das hat gefallen, ja? Also das fandst du jetzt allgemein auch sehr gut, das Spiel? Ja, ich hab direkt ein Let's Bay gestartet. Ich hab das am... Direkt, okay. Ich glaub Samstag, heute ist Sonntag, ne? Ja, am Samstag hab ich im Stream gezockt, hab sehr viel dazugelernt. Und was ich... Ach genau, um den Gedanken nicht zu verlieren, in dieser Liste mit diesen Fähigkeiten, bei Rimwald hast du das ja auch, da kannst du ja auch sagen, keine Ahnung, Feldwirtschaft macht Serendipity, weil die hat besonders gut in Botanik oder irgendwie sowas in der Art, oder Holzfällen oder so. Ja. Und wenn du dann über dieses Kästchen drüber haferst, also wo der Name die Fähigkeit kreuzt, weißt du, da oben stehen die Fähigkeiten und unten parallel der Name. Also wenn du mit der Maus dann über das Feld gehst, dann siehst du auch, welchen Fähigkeitslevel der Spieler hat. Das kenn ich zumindest jetzt in Vanilla, Rimwald nicht. Das fand ich sehr praktisch, weil dann kann ich halt gucken, was ich kochen, haben die alle Level 3 und wenn ich mit der Maus drüber hafer, sehe ich aber, wer noch besser im Kochen ist und kann es dann nochmal verstärken. Also kann dann sagen, okay, der hat eh schon neun, also kann der auch weiter kochen, um das auszubauen, sein Skill. Plus dieses, was du aus Rimwald eventuell kennst, ich weiß nicht, wie lange du hast, glaube ich, nur ein, zwei Mal gespielt. Ja. Du hast so Sternchen dran, in welcher Kategorie sich der Charakter besonders gut entwickeln kann. Weißt du, also wenn der, der hat zwar Level 2 in, keine Ahnung, Nahkampf, aber der hat ein Doppelsternchen, das bedeutet, wenn der wirklich Nahkampf übt, dann wird der auch besonders schnell, besonders gut in dem Ding, weil er gut dazulernt. Ich glaube, leidenschaftlich heißt das dann irgendwie oder sowas. Das steht da nebenan. Cool. Ja. Also es ist ein bisschen weniger Umfang, ist durch das 3D für meinen Geschmack ein bisschen noch ansprechender. Ja, fand ich auch, ja, fand ich auch ein bisschen ansprechend. Aber hat nicht die, hat nicht diese Tiefe, die man von Rimwald kennt, die, also wo dann auch Leute im Chat schreiben irgendwie, warum soll ich jetzt wechseln und so, dann sage ich, hey, das ist überhaupt nicht der Anspruch von dem Spiel, dass du jetzt einen Ersatz für Rimwald findest und finde ich auch Quatsch. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass du halt diese Ebenensprinzip hast und dir zum Beispiel einen Wachturm baust in den Ecken von deinem Vor, also du musst auch relativ zeitig eine Palisaden hochziehen und kannst dir dann halt so einen Turm hinbauen, wo du Bogenschützen draufstellst, die dann die Gegner von außen schon mal von der Höhe besser weg machen können. Schwächen. Ja, also du kannst diese Ebenen, die Höhen, Einheiten kannst du halt nutzen und zum Beispiel auch, ich habe so einen riesen Riss vor der Basis, na, können die dann an einer Stelle hoch und dann habe ich genau an dieser Stelle einfach nochmal eine Tür hingesetzt, wo die nicht durch können. Und es ist wie gesagt noch nicht raus ins Early Access. Soll so um die 20 Euro kosten und am ersten raus. Ich habe mal bei Keymailer ein, das mache ich jetzt immer, wenn wir über Spiele reden, gucke ich immer zwischendurch rein. Ja, ich habe es mal angefragt, mal gucken. Also ich habe heute einen Acht-Stunden-Stream hinter mir, sieben Stunden, acht Stunden, sieben, egal, auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Stream hinter mir und ich wollte immer weiter spielen, obwohl der Rücken schon aufgegeben hat. wollte ich immer weiter zocken. Es war wirklich so, ja, hier einer von meinen Mods, Azuralia, hat bis heute Morgen um fünf gezockt, hat sich festgedattelt. Oha. Ja, ja, richtig krass. Übel. Ja, so ging es mir halt aus, hat Spaß gemacht. Also ich hatte direkt Bock, heute das Let's Play zu starten, habe dann meine Wellam-Folgen abgerissen und habe das gestartet. Ja. Wellam machst du auch weiter als Let's Play, ja? Ja, aber jetzt nur noch alle zwei Tage. Also A, geht die Zuschauerzahlen massiv nach unten, also die Leute sind dann auch langsam, haben dann auch so ein bisschen. Irgendwann ist, ne? Für mich hat es immer noch Reiz durch diesen Loot, also heute sind wieder zwei epische Sachen getroppt, also so lila, Das war halt wirklich gut und da freut man sich dann, weil man halt irgendwie ein Schild mit, boah. Ich finde, das Spiel verträgt diese Mod auch in echt, also auch in Vanilla. Es würde das schon Verbessern. Nicht zu sehr zerstören, also nicht zu sehr, nicht zerstören, sondern einfach machen, sondern einfach auch noch ein bisschen belohnender. Also der Entwickler von der Epic Loot Mod, um auf Wellam nochmal zurückzukommen, das ist ein professioneller Spielentwickler und der weiß, was er macht. Also der hat da schon, also der weiß genau, was er macht und in Verbindung jetzt nochmal mit diesem Creature and Level und Creature and Loot Control mit dieser Mod, die halt auch nochmal die Gegner ein bisschen stärker macht, ist das echt gut, weil da ist zum Beispiel ein Zwei-Sterne-Trauger, der steht vor dir, der ist dann halt auch größer, weißt du, also die Figur wird größer skaliert und dann siehst du, oh, das ist ein Big Boy, weißt du, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Das macht das Spiel auch nochmal ein Stück spannender und das zerstört für mich auch nicht das Spiel. Das Einzige heute hatte ich ein bisschen sehr oft Loot, gerade in den Krypten durch die höhere Level-Gegner und durch die Recycle-Mod hast du dann halt, weißt du, dann kannst du auch die Bronze-Schilder zerlegen und kriegst halt sehr viel Ressourcen dann wieder zurück. Macht es aber dann auch ein bisschen leichter im Vergleich zum Vanilla-Spiel, also es zieht sich da nicht künstlich so lang. Und, dann würde ich mit Wellam auch gerne wieder aufhören, diese Rain-Mine-Mod, also wo du flächig abbaust mit der Hacke, habe ich bei mir so eingestellt, dass umso höher dein Spitzhacken-Skill ist, umso mehr, also wenn du jetzt eine Ressource hast, wie neben die großen Kupfersteine aus Wellheim, die sind ja sehr breit, dann würdest du praktisch auf zehn Flächen gleichzeitig schlagen, so ist es halt eingestellt. Und in den Krypten bei Wellheim, in den Sümpfen, hast du ja diese, wie sind die, Schrotthaufen, Schlamm, wie bei so einem Matschschlamm, Eisenschlamm, irgendwas. Und das Ding haue ich halt mit der Spitzhacke mit zwei Schlägen weg, komplett. Den ganzen? Den ganzen. Das macht es halt richtig gut, weil das war super ätzend. Das ist nervig anstrengend, dann hast du noch unter Wasser noch Fitzel gehabt und sowas. Das war... Da habe ich auch noch drin, dass du die Waffen jetzt unter Wasser verwenden kannst und das macht es auch super geil, weil du nicht mehr in diese Bredouille gerätst, du kämpfst irgendwie nah im Sumpf, rutschst ins Wasser ab, er zieht sich deine Waffe an, weißt du, er legt die auf den Rücken, weil wenn ich mit meinem Schwert ins Wasser fallen würde, würde ich ja nicht das Schwert dann erstmal einen Halfter wegstecken, um besser so... Also, ich finde es gut. Das macht das Spiel auf jeden Fall noch einen Zacken besser. Aber nichtsdestotrotz, Wellheim ist natürlich mit wie vielen hunderten von Stunden mittlerweile auch schon da so ein bisschen auserzählt, ne? Ja, klar. Ganz klar. Also, ich habe jetzt heute habe ich 240 Stunden vollgemacht. Wow. Nicht schlecht. Aber jetzt kommen wir mit dem. Mit eins deiner meistgespielten Spiele jetzt scheinbar, ne? Mit eins der meistgespielten, ja, ja, genau. Aber das ist schon irgendwie, ich sage mal, Top 5? Ich kann es dir gleich ganz genau sagen. Es gibt doch hier in der Bibliothek, wie kriegt man die Übersicht? Da kriegt man die Übersicht. Top 3. in den der dritten meistgespielten laut Steam-Aufzeichnungen. Zweites Empyreion bei 250 Stunden, das haben wir bald. Und dann halt Seven Days, ganz klar. Ja, ganz klar. 1700 Stunden, das ist schon nichts mehr. mit 130 Stunden, 100 Stunden Medieval. Es ist auf jeden Fall schon eins der Spiele, was ich sehr oft gespielt habe. Arborion sehr viel. In Project auch 70 Stunden, No Man's Sky auch 80 Stunden. Ja, Raft sehr lange. Und The Farming Simulator mittlerweile mit knapp 40 Stunden. Da kann die Frau noch müde drüber lächeln, aber ja, da kennt sie nichts. Ja, und sonst so. Oh, gut. Heute frei, das ist ein ganz anderes Arbeiten, wobei ich jetzt noch die Folgen fertig machen will nach dem Podcast. Das ist nicht gut. Ich warte auf meinen Impftermin. Das war schön, ja. Wann? Du hast einen Impftermin? Nein, noch nicht bekommen. Ich warte drauf. Achso. Warte. Die Frau hat schon einen, ne? Die Frau ist durch. Ja, das ging auch ganz gut. Sie ist durch? Nee, sie hat einen Impftermin, also sie wurde einmal geimpft, jetzt war sie auf dem Folgetermin. Achso, ja. Hat sie ja auch schon in dem Sinne. Ich habe noch keinen. Ja, aber es geht ja. Wann es so ein bisschen lächerlich ist, ich habe die Woche so gelesen, naja, jetzt wo es so stark nach unten geht, da können wir ja die Maskenpflicht lockern. Und dann hat ja einer geschrieben, naja, du schneidest auch nicht beim Fallschirm nicht die Seile durch, wenn du den Boden schon siehst, ja. Also, ist doch Quatsch. Tut immer noch weh. Ich meine, du stirbst vielleicht nicht, aber es tut immer noch weh. Das ist auch so eine Sache, das ist auch so eine Sache, muss ich sagen, die ich bei, die, oh, die bei Twitter so schlimm ist. Wenn ich so am Scrollen bin, dann komme ich von einer Seite in die andere und auf einmal bin ich auf so einer echten Nazi-Pocken-Seite, ja, wo du schon liest, ja, oh, der kriegt einen zu viel, weißt du, dann suche ich den Melden-Button, aber natürlich ist er clever und, äh, leugnet nicht den Holocaust, weißt du so, im Endeffekt. Und, oh, Mann, ey, das ist schlimm. Schlimm, 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 was da für Leute drin ist und, und, was man sich da manchmal durchlesen muss sozusagen. Definitiv, ja. Wow. Sorry. Folgt mir nicht auf Twitter. Und ich hab so meinen, meinen Arzt, ich war ja da, um mir diese Bescheinigung zu holen, dass ich übergewichtig bin und, weißt du, dass du da berechtigt bist und so weiter. Und er sagt ja zu mir und das hat er so aus voller Überzeugung gesagt, ey, das mit den Masken, das war der Game Changer in diesem ganzen Spiel. Das war genau das, was uns gerettet hat, so ungefähr, dass wir das, durchgezogen haben und du denkst, er liest dann sowas und denkst so, are you crazy? Also ich meine, wir können uns alle wieder im Biergarten treffen. Alles nice, aber mit entsprechenden Maßnahmen und das müssen wir jetzt nicht so völlig alles wieder fallen lassen, nur weil es ein bisschen besser wird. Das hat mich so aufgeregt. Aber lass uns das Thema nicht vertiefen. Ich finde, wir haben wir sehr gut geschafft, in den letzten Folgen nur selten drüber zu sprechen. Nur selten, obwohl es natürlich immer aktuell ist und auch in unserem Alltag. Absolut. Natürlich, ganz klar. Es ist auch so, wo man sich auch verlieren kann halt. Da kann man sich halt wirklich drin verlieren und Es ist halt auch müßig. Weil du kannst die Leute, die Deppen sind, kannst du nicht ändern. Weißt du, du wirst nichts, du regst dich nur auf, du machst dir selber damit Bauchweh und es bringt dich halt nicht weiter, weil im Endeffekt kannst du es nicht ändern, aus die Maus. Also deswegen muss man sich mit positiven Dingen auseinandersetzen und versuchen, sowas dann auch irgendwie zu ignorieren. Weißt du, also das ist deswegen bringt es uns das eigentlich auch nicht weiter und nicht den Zuhörer, wenn wir hier drüber reden. Ich meine, wir können unsere Position klar machen und das sollten wir auch, das ist meines Erachtens wichtig, aber ja. 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 Wir sind auf dem Weg der Besserung und ich finde, wir sollten uns noch ein bisschen die Füße stillhalten und nicht gleich hier nicht gleich alle Maßnahmen überhaupt schmeißen. Nicht alles so Licht am Ende des Tunnels und nicht gleich dann wieder durchdrehen. Let's go, Party. Ich habe, ich weiß nicht, habe ich dir schon mal erzählt, ich habe Karten gekauft für Foo Fighters das nächste Jahr in Berlin. Habe ich schon erzählt, ne? Ja, hast du erzählt, ja. Achso, okay. Also ich hoffe ja, dass das glatt geht. dass das auch stattfindet, ne? Oder zumindest in irgendeiner Form, dass man jetzt nicht zu Hause vorm Stream sitzt, ja, das ist richtig. Ja, das auch gar, nee, ich glaube, das machen die nicht, dann kommen die nicht. Also die machen das auch nicht mit streamen, ja, genau. Entweder Geld zurück oder so krass würde ich ihn einschaffen. Irgendwie möglich in Open Air und mit Abstand und wenn es halt so sein muss, ist es so, aber du kannst zumindest die Mucke live hören und ich glaube, das ist, glaube ich, das ist cool, ja. Ja, ich bin ja auch gar nicht der Typ, der jetzt da vorne in der Menge ist, sondern es geht mir schon um um die Band an sich und wie sie was, wann, wie, wo spielen, wer wann, wo abgeht und möglichst laut und möglichst mitbrüllen und schon bin ich zufrieden, ich muss da jetzt nicht pogen. Absolut. Würde auch, ist auch so schwierig. Habe ich ja schon gesagt, ich habe letzte Woche mit Oma telefoniert, mit Omega hier, Kollege und Freund, da habe ich schon gesagt, also ich freue mich schon drauf, dass man sich dann mal wieder zum Grillen trifft, weißt du, im Garten ist ja alles auch ein bisschen, an der freier Luft ist ja auch ein bisschen risikoarmer, selbst wenn wir dann alle durchgeimpft sind und so weiter, aber dass man sich ja mal schön am Grill trifft, ein Bierchen trinkt, eine schöne Bratwurst auflegt und einfach mal wieder so einfach so einen Sommerabend verbringt, weißt du, da habe ich schon richtig Bock drauf und ich hoffe, dass es auch glatt geht, so langsam wird es Zeit. Ein paar mehr Leute und dann wirst du einfach nur ein bisschen labern. Ich hoffe, dass wir uns mal bald wiedersehen. Ja, also Herr Sturz, hier, auf meinem Gelände, auf deinem Anwesen. Hier ist keine Maskenpflicht. Quatsch. Hier 10 Meilen, ihr Sätze, nee, Quatsch. Nee, hier ist auch, da kannst du mit ein Wohnmobil, weißt du, nimmst du hier ein Wohnmobil, kommst hierher. bei uns ist ja das Problem, Urlaub ist ja immer ein Thema, gerade mit den Karten. Nimmst du die Katzen mit, die sind hier, haben Katzenzimmer, sind Ölraum. Katzenfähig. Genau. Der wurde Heizöl lagert. Nee, Quatsch. Ich weiß, das ist schwierig, ich weiß, aber da müssen wir schon noch einen Weg finden, ne? Oder die Dings hier, weißt du, letztes Jahr hast du es ja mit der Anonymität da ein bisschen gelockert bei dir, hast du die Maskenpflicht da rausgenommen und hast, wollten wir uns ja auf der Mac eigentlich letztes Jahr schon treffen. Das wäre auch cool. Das wäre das der nächsten Jahr so ein bisschen planen? Das wäre eher Erfurt-Rocken. Ja. Und wenn es nur abends ist, irgendwie, weil wir die lautesten am Tresen sind, meinst du? Doch, hätte ich Bock drauf. Bich bei. Bich bei. Wird auch. Nee, Bich bei. Steht. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Fischi sehe, weißt du? Ja, ja. Wir haben immer auf diesen Messen wieder getroffen und dann abends zusammensitzen und so, das ist schon schön. Kollegen, die man nur so selten sieht. Ja, auch schade. Weißt du, ich ziehe hierher nach Brandenburg, nahe Berlin und dachte mir, dann können wir mit einem Fischi oben ein bisschen, weil der ist wirklich in echt. Der ist in die andere Richtung gezogen. Der ist nach Köln gezogen, ja. Jetzt mal vor kurzem. Ah. Naja, gut. Ja, aber vielleicht. Wir haben es auch nicht geschafft, auch wegen Corona, ist ja klar. Nächstes Jahr in Erfurt vielleicht, hoffe ich mal. Mal gucken. Hätte schon Bock drauf. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch komplex wird. Wir drücken einfach mal die Daumen und gehen vom Besten aus nächstes Jahr. Ja. Ja, so sieht es aus. Das wäre schon schön. Ich würde sagen, bevor wir jetzt uns irgendwelche Themen aus den Fingern ziehen, würde ich gerade mal einen Serentipp abgeben wollen. Den wollte ich letzte Woche schon vorschlagen, hat es aber völlig irgendwie. Ist ja egal. Mach es. Freue mich drauf. Und zwar, wir haben den Flight Attendant, gesehen, die Frau und ich. Läuft derzeit auf Amazing? So viel zum guten Reden über Amazon. Amazing. It's amazing. Und zwar die Flugassistentin. Es geht, das ist die, sie heißt Kelly Cuoco. Die ist anscheinend von Big Bang Theory. Ich habe Big Bang Theory nie gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen, aber die hat ja eine richtig gute IMDb-Bewertung übrigens. Big Bang Theory? Ja, ja, hat irgendwie glaube ich einen Achterbereich. Die sind ja nicht umsonst. Die sind ja auch nicht umsonst, gibt es so viele Staffeln. Ja, ja, genau. Das ist ja auch was, was man als Maßstab nehmen könnte, dass eine Serie wahrscheinlich sehr gut ist. Ich habe es nie gesehen. Ich weiß so ganz grob, aber jetzt sagen wir, hast du nie gesehen? Ja, mein Gott, man kann nicht alles gesehen haben. Auf jeden Fall, The Flight Attendant ist mit ihr. Es geht um eine Flugbegleiterin, die ein, ich sage mal, sehr plakatives Leben lebt als Flugbegleiterin. Abends einen kippen, irgendwo mit anderen Typen ins Bett steigen, in irgendeiner anderen Stadt, weißt du, überall, wie sagt man, aus jeder Hund ein Dorf, nee, aus jedem Dorf ein Hund. Ja, genau. Und Saugut hat eine 7,1 bei IMDb. Es geht um Mordfall, den sie aufflutklären muss, wo sie halt beteiligt ist oder nicht beteiligt, wird man dann da, wenn man das sieht, sehen und sehr gut gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen, auch ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen Drama, auch um ihr eigenes Ding. Jeder Charakter wird gut erzählt. Hat eine 7,1, wird von mir eine 8,1 locker kriegen. Also hat wirklich bei mir perfekt funktioniert. Eine sehr hübsche Frau in einer sehr guten Rolle, die auch sehr, sehr gut spielt und das Ganze nicht so clean und aufgehübscht ist, wie man es vielleicht erwartet. Also sehr spannender Mordfall, wo jeder Charakter, wie gesagt, gut erzählt wird. Wirklich absolute Empfehlung. Zieht euch die rein. Es sind, glaube ich, acht Folgen. Ja, acht Folgen. Gibt es jetzt eine Staffel. Ob es dann eine zweite gibt, weiß ich nicht. Ist aber auch gut abgeschlossen. Also es ist nichts, wo das dann aufhört und du denkst, oh jetzt, wo geht es weiter? Wann können wir weitersehen? The Flight Attendant, das wäre mein erster Tipp für heute. The Flight Attendant. Genau, der Flugbegleiterin. Dementsprechend sind wir jetzt auch in den Links, ne? Würde ich sagen, ja. Da ist ein wohltuendes Nicken gewesen. Weil ich habe jetzt keine Serie oder Film oder so. Ich wollte mir immer noch den Zombie-Apokalypse-Film mit auf Netflix angucken. Haben wir heute gesehen. Oh nicht. Geht übrigens zweieinhalb Stunden, ne? Jack Snyder's Army of the Dead, ja. Army of the Dead. Wer hat denn den geguckt und gesagt, der ist okay? Ich dachte, du warst das. Wir haben heute erst gesehen. Am Freitag. Naja, gut. Und? Kurz? Ja. Popcorn, Kino und für 90 Minuten wieder okay. Also am Anfang dachte ich so Schweighöver und dann habe ich so an diese Schweighöver-Filme gedacht. So schlimm ist er nicht. Wirklich nicht. Und ich hatte mir ein Making-of angeguckt. Der Schweighöver hat ja eine eigene Produktionsfirma und wird dazu auch ein Prequel drehen zu der Zombieserie. Hat er von Jack Snyder die Anweisung gekriegt, dass er das machen darf. Und er ist ja der Deutsche in der Serie und auch nicht irgendwie plakativ als Deutscher dargestellt, sondern einfach nur der Typ, der auch manchmal in Deutsch flucht dann anscheinend. Also das kriegt man ja in der deutschen Synchron nicht mit. Das mag ich ja bei Schweighöver. Also Schweighöver, nicht Schweighöver. Er hat es gut gespielt. Er hat so ein bisschen den... Er ist ja ein... Er spielt ja einen Safeknacker in Deutschen und war... Also mich hat es zu keinem Zeitpunkt genervt. Weißt du, er hat so einen Schrei, so ein bisschen girly-like. Das ist so ein Running Gag durch die Serie so ein bisschen, weil er danach hat Zombie... Du sagst immer Serie ist ein Film, ne? Ja, 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 genau. Entschuldigung, ist ein Film. Zweieinhalb Stunden gute durchschnittliche Unterhaltung. Also ich sag mal, ich würde jetzt Flight Attendant erstmal vorziehen als Serie. Und es ist für einen Zombie-Film auch nicht übermäßig brutal. Also da an vielen Sachen wird da nicht drauf gehalten, also dass man diesen Gore-Faktor so extrem übertreibt. Ich meine, es ist ein Zombie-Film und da wird man in die Schulter gebissen oder so ein Kram, aber oder man Kopf abgerissen, aber es ist nicht so, dass es so extreme Szenen so übertrieben mäßig irgendwie dargestellt wird. Schon gut, aber man muss ehrlich sein, wenn man jetzt nicht gesehen hat, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber man muss sagen, in dem Making-of war es so, die hatten ein Screening und da war der Schweighöfer, die Figur war der, der das so ein bisschen geführt hat und am beliebtesten war von den Zuschauern. Und es funktioniert auch gut. Also es ist nicht so, dass er eine Nebenrolle spielt, die irgendwie nervig wirkt oder so. Ist das Ding directed by Zack Snyder? Nee, das ist nur produziert. Nee, das hat sogar gedreht. Der ist ja Kameramann, Zack Snyder ist ja ein Kameramann ursprünglich. Ja. Und ja, Making-of kann ich sehr empfehlen. Wie heißt der nochmal? Army of the Dead? Army of the Dead, ja. Kann ich, kann ich, so. Es gibt auf jeden Fall bessere Filme, ganz klar, aber wenn man so dann so gesehen hat, Schweighöfer, dann muss man sagen, jetzt hat es glaube ich mittlerweile IMDb abgerutscht auf 6,1. Aber ich finde, diese 6 ist gerechtfertigt. Also das ist so, auch wäre auch meine Wertung gewesen. Es ist nichts, kein Highlight, aber teilweise auch ein bisschen unlogisch. Das ist halt das Problem. Hätte er so ein paar Logikfehler nicht und so ein bisschen anders erzählt, dann wäre er sogar, hätte er besser sein können, aber wie gesagt, man verpasst nichts, wenn man nicht gesehen hat, aber ich finde, der tut auch nicht weh, wo du dann sagst, oh Gott, was tue ich mir da gerade an, warum habe ich den mir angeguckt? Also kennst du diese Filme, die machst du an und denkst, ja zum Ausmachen zu gut und zum Weitergucken irgendwie zu schlecht und dann weißt du nicht so und so ist er nicht. Okay. Ja. Gut. Ich habe, ich habe einen Kanal zu verlinken, der heißt Alex Melton. der hat 186.000 Abonnenten und der macht Musik. Ja. Der macht, was wäre, wenn Band X das Lied Y gemacht hätte? Zum Beispiel, in meinem Fall ist es immer auch gerne Blink, weil ich Blink 182 früher sehr mochte. Spiel meinen Song sozusagen. Ja. Ja, wie im Deutschen. Ja, oh ja, schon, schon, ja, hast recht. Spiel meinen Song, ja. Und da gibt es jetzt, abgesehen vom Blink, auch sehr viele Cover, die er genau so macht, wie, was wäre, wenn, habe ich jetzt ein tolles Beispiel? Ich sehe nämlich nicht gerade das nicht, was ich, was ich, was ich geguckt habe und habe schon wieder vergessen. Ja gut. Ist egal. Du wolltest einen Kanal vorstellen jetzt. Aber der Kanal ist top. Alex Melton, für Leute, die so ein bisschen auch experimentell unterwegs sind. Was schön ist. Okay, cool. Ähm, ich gucke gerade, was habe ich mir angeguckt? Ja, aber ich gucke gerade meine Liste durch. Ich habe so viel Scheiß gesehen, das ist wieder das Problem. Und ich weiß nicht, was ich da jetzt, wann war, das ist Montag, da habe ich, Montag ist nochmal mein Tag. Schwierig heute. Nee, da muss ich schon wieder, bin ich schon wieder bei den alten Sachen. Sonst, wenn du noch suchst, ich habe mein Twitted schon fertig. mach mal. Dann gab es was. Und zwar, äh, tatsächlich gestern erst, äh, von einem, äh, Zuschauer im Discord gepostet, die, äh, das Video heißt Das Ei, eine Kurzgeschichte. Äh, der Kanal heißt Dinge erklärt, kurz gesagt, und ist, glaube ich, von Funk sogar unterstützt. Ja, Funk. Sieben Minuten lang und, äh, ich, ich will es gar nicht spoilern, aber ich möchte eigentlich jeden, dazu aufrufen, dieses, äh, Ding anzugucken. Es ist super schön gemacht, von, von der, von der, von der Grafik her, so, so ein, Zeichentrick, äh, Ding, aber ist jetzt keine, ne, ist jetzt keine Kindie-Serie oder sowas, sondern es ist eher abstrakt gezeichnet und ganz toller Sprecher, der dich da durch das Video führt und am Ende kommt's raus auf ein Ding, wo du denkst, wow. Ich kann, ich darf das jetzt nicht spoilern, aber das, ich verstehe. Das Ende ist sehr ergreifend. Mich hat das komplett ergriffen, das Ding. Das ist echt, wow. Und der Kanal hat echt viele von diesen Videos und die so, so erklärt sind und so, so gezeichnet sind. Das ist super schön. Sehr intuitiv. Klingt doch gut. Ja, das stimmt. Wieso ist, mein Google ist auf, äh, mein YouTube ist gerade auf Englisch umgeswitcht. Ich verstehe aber nicht, warum. Was, dein YouTube ist auf Englisch um? Ja, ja. Ich suche hier Teil und, äh, finde Share. Ich habe mir die, Anfang der Woche habe ich mir, das war Mittwoch oder sowas, ja, Mittwoch muss es gewesen sein, habe ich mir Videos angeguckt von so Slap-Contests. Nee. Das können wir dir nur Männer veranstalten. Diese Backpfeifendinger? Ja. Also da dachte ich so, hast du den, hast du den, diesen, wohlbeleibten Russen kennengelernt mit dem Bart? Ah ja. Mit dem Bart, genau. The Slapping God? Mhm. Hast du, ja? Ey, wie das in meine Timeline geraten ist, ich weiß es nicht, aber ich dachte, du musst doch in deine, wenn es in meiner war, musst du es in deine. Die, die Spezies Mann reift nicht, habe ich gemerkt, weißt du so, wirklich, also jetzt nicht platent, weißt du, aber ich dachte so, als, als Kinder kann ich mich erinnern, dass man so, weißt, die Hände so zusammen, ich mache die Hände zusammen und schlägt gegen den anderen und der andere kann ausweichen, der andere kann ausweichen, hoch oder runter darf er nur. Und du musst versuchen, den Handrücken zu schlagen. Das ist ja auch so, was Jugendliche spielen oder zu meiner Zeit gespielt haben. Und das ist halt die Steigerung. Erwachsene Männer, die aussehen, als würde, wenn der eine schallert, dass dir das Genick bricht. Die stehen an einem Armdrück-Table übrigens und die dürfen sich, also nur mal zur Erklärung, die dürfen halt nur ausholen, die Hand, einmal sozusagen im Rücken und dann volle Wucht und aber müssen die Wange treffen, die dürfen nicht das Ohr treffen oder Nase oder sowas. Hals, Auge. Aber stellenweise haben die so große Hände, da geht einmal rum, um den Kopf, die Hand. Und ja, ich habe mir das auch angeguckt und dann kommst du halt da von eins auf das andere. Ist ein russischer Sport, habe ich festgestellt und gibt Meisterschaften und alter Freund, also davon mal ab, dass es maximal dämlich ist. Ja, natürlich. Das ist so die Stufe nach Querdenken. Die machen dann noch mit Magnesium auf die Hände, damit die nicht halt kleben bleibt, weil du würdest nicht mehr die Wange abreißen in dem Moment, wenn du da mit deinem Körper fährst. Absolut. Und stellenweise haben die eine Schwung drauf. Und die schallern sich ein, dass die Typen komplett erstmal aus den Socken, also die werden ohnmächtig. Da stehen Leute dahinter, die die auffangen müssen teilweise, weil sie ohnmächtig werden. Und dann denke ich mir so, wie langweilig, also nee, da ist nichts, also da kann doch nichts kaputt gehen, wenn du dir eine schallern lässt, weil bei den Leuten, die das freiwillig machen, denke ich mir halt nur so, was soll da jetzt passieren? Was soll da passieren? Die paar Hirnzellen, die sterben, weil das Hirn gegen die Schädeldecke knüpft. Nämlich das ist der Grund, warum man übrigens ohnmächtig wird und ausgenockt ist. Das Hirn schaltet, knallt gegen die Schädeldecke und schaltet ab. Deswegen noch. Notaus sozusagen. das ist Notaus, ja. Also ich war entsetzt und ich möchte das auch ungern jetzt verlinken, das Video, weil ich, ich weiß nicht, ich finde das, das ist... da musst du nicht, lass es bitte. Guckt einfach Slap Contest irgendwie im Netz, ihr werdet es sofort finden. Also das ist so ein typisch Mann-Ding? Das ist so ein typisch Mann-Ding, ja. Viel Wodka rein, also schon ein Glas ist sehr plakativ. Aber das ist wirklich, da kann ich viel... Schwierig. Jetzt versuche ich jetzt noch was zu finden, wo ich mir sage, es ist einigermaßen hübsch und lustig. Ich habe mir was über Bitcoins angeguckt. Das ist ja auch ein Markt, wo du denkst, es geht euch noch gut. Also manche Leute, wie die hinter Geld hinterher sind, schlimm. Ähm... Ach, komm her. Ich mache was Lustiges. Ich mag ihn. Ich haue ihn rein. Wir haben ihn schon oft empfohlen. Und zwar Ozzyman Refuse, unser australischer Freund, der einfach nur göttlich... Satisfaction-Videos? Genau, das Satisfaction-Videos, der einfach nur göttlich kommentiert. Und ja, was Lustiges, weil Backpfeifen schallern kann ich euch nicht antun. Ich habe es einfach nur gesehen und dachte so... Ah, das ist wirklich gut, das Video, ja. Spezies Mann, dass die noch nicht ausgestorben ist, liegt einfach nur daran, dass es, glaube ich, noch ein paar Frauen gibt. Also es ist leider so. Muss man leider so... Das ist... Das ist schön gesagt, ja. Das ist leider... Also ganz ehrlich, der Grund, warum wir noch nicht ausgestorben sind... Das ist, weil es Frauen gibt. Das finde ich gut. Die, die abhalten vom Scheiße bauen. Das ist absolut tiefgründig. Nicht mal nur, weil, ne, zur Fortpflanzung nötig, sondern auch, selbst wenn nicht, wären wir halt alle schon tot. Wenn es jetzt nur Männer gäbe und wir können uns untereinander fortpflanzen, das würde nicht passieren. Würde nicht reichen, um den... Hätte schon an den Knopf gedrückt. ...die stattfinden würden. Ja, genau. Die Inzidenz wäre ungemein hoch. Sehr gut. Ja, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Dann wollen wir nochmal richtig tiefgründig. Ja. Das finde ich richtig gut. Guckt euch Aussie-Mann-Reviews an, Satisfaction-Videos beurteilt und auf seine lustige Art. Ich muss aber lachen bei dem. Ich finde es gut. Ja. Das ist super. Ja. Gut. Mit diesen Worten würde ich sagen, verlassen wir euch, verlassen wir euch, entlassen wir euch in diese Woche. Montag ist ja frei. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr im Zweifelsfall frei. Schaltet auf YouTube ein. Going Medieval kann ich sehr empfehlen. Ein sehr schönes Spiel. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Schaltet auf euren Twitch-Kanälen ein. Würde uns auch freuen. Ja, würde uns auch freuen. Genau. Abonniert mich bei Twitter. Genau, damit ihr vielleicht ein bisschen guten Content bei Herrn Fleischhammer in die Timeline bringt. Genau, das wäre interessant und gut. Wichtig. Bleibt auf jeden Fall gesund. Das wünsche ich euch allen. Bleibt uns treu. Wir freuen uns sehr, dass so viele Zuschauer diesen Kram anhören, den wir hier wöchentlich loswerden. Und wir sehen uns im Stream. Macht's gut. Herzlichen Dank für's Zuhören. Bleiben Sie gesund. Und natürlich, ich hätte wahrscheinlich nicht verjessen, ist ja klar. Aber vor allen Dingen, bleibt viel bis. Winke, winke.